Jetzt den Deckel drauf machen, Nader El Jindawi gegen Vaya geht vorbei, hat viel Platz gegen Gründling, auch durchgesetzt und nur durch einen Foul zu stoppen, Nader El Jindawi Anschließenden Freistoß, den nimmt er sich direkt selber, denn er hat ne Idee, Nader El Jindawi macht das Spiel ganz schnell, Lämmel mit dem Schuss und Ulrich mit dem 0 zu 2